Hey Leute, in diesem Video fährst du mal, wie man so eine Daunenjacke waschen und trocknen kann, dass die Steppjacke danach natürlich auch richtig gereinigt und vor allem nicht verklumpt ist. Wenn du Bock da hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Zu Beginn noch der Hinweis, so eine Daunenjacke sollte man übrigens auch nicht zu oft waschen, da sie sonst einfach an Form verlieren kann. Wenn wir das Ganze aber zum Beispiel einmal im Jahr durchführen möchten, dann ist das auch gar kein Problem, weswegen wir es jetzt einfach einmal richtig machen. Wenn wir bei unserem Pflegeetikett in der Jacke einmal nachschauen, können wir erkennen, dass wir diese ohne Probleme bei 30 Grad waschen können. Die zwei Striche darunter bedeuten übrigens, dass wir sie nicht schleudern sollten und hier drüben beim Trockner bedeutet dieser eine Punkt, dass wir unsere Jacke auch ohne Probleme schonend trocknen können. So schaut es normalerweise auch bei den meisten Daunenjacken aus. Ich habe mal alle Reißverschlüsse geschlossen, natürlich auch bei meinen entsprechenden Taschen und danach geht es einfach darum, dass wir unsere Jacke mal noch am besten auf links umdrehen, da das Ganze dann nämlich auch noch einmal schonender ist. Danach kann ich sie auch schon ohne andere Wäsche mal in meine Waschmaschine hineingeben, dass meine Jacke einfach wirklich genug Platz hier drinnen hat. Meine Waschmaschinentür habe ich schon geschlossen. Jetzt müssen wir, wie gesagt, ein schonendes Programm auswählen. In meinem Fall nehme ich hier oben jetzt einfach mal Baumwolle, stelle das Ganze auf 30 Grad um. Und beim Schleudern sollten wir auch noch schauen, dass wir wirklich so wenig wie nur möglich schleudern, zum Beispiel 400 Umdrehungen in der Minute oder bei meiner Maschine geht es auch, dass ich ohne Schleudern einstelle. Bitte jetzt auf gar keinen Fall normales Waschmittel oder auch Weichspüler verwenden, da die Jacke zwar dadurch sauber wird, aber auch deutlich an Volumen und Wärmeleistung verlieren kann. Bedeutet, sie könnte am Ende sogar kaputt sein. Deswegen am besten wirklich ein spezielles Daunenwaschmittel verwenden. Ich habe hier zum Beispiel mir eins zugelegt, nehme davon wirklich nur einmal so einen Behälter voll und gebe es in mein Waschmittelfach hinein. Nun unsere Schublade schließen und wir können den Waschvorgang auch schon starten. Unser erster Waschdurchgang ist fertig und jetzt ist einfach wichtig, dass wir mal noch das restliche Waschmittel aus unserer Jacke rausbekommen. Deswegen keine Zusätze in die Waschmaschine geben und dasselbe Programm noch einmal durchlaufen lassen. Unsere Jacke haben wir jetzt das zweite Mal gewaschen, bedeutet, die ist auf jeden Fall sauber und jetzt geht es noch darum, dass wir das Volumen zurück in die Jacke bekommen. Würden wir sie an der Luft trocknen, dann bekommen wir einfach kein Volumen rein und schlimmstenfalls ist unsere Jacke danach einfach kaputt. Deswegen musst du hier unbedingt an den Trockner rein und wenn du zu Hause jetzt keinen Trockner hast, dann am besten einfach mal bei Freunden oder auch Verwandten nachfragen, wo man die Jacke dann dementsprechend in einen Trockner mal geben kann. Hierfür unsere Jacke in die Trommel hineingeben und am besten noch drei saubere, nicht abfärbende Tennisbälle mit hineinschmeißen. Das Ganze steht übrigens sogar auf dem Pflegeetikett mit drauf. Man kann übrigens auch spezielle Trocknerbälle verwenden. Diese sind dafür da, dass wir nochmal ein besseres Volumen in die Jacke danach hineinbekommen. Die Zeit ist rum, aber die Jacke fühlt sich immer noch etwas feucht an. Deswegen am besten Jacke drinnen lassen, Klappe zumachen und den Trockner noch ein zweites Mal laufen lassen. Meine Jacke ist jetzt auch von innen wieder trocken, weswegen ich diese einfach mal wieder herausnehmen kann. Danach am besten noch etwas ausschütteln und dann können wir sie auch schon ganz einfach auf einem Kleiderbügel aufhängen. Und somit haben wir so eine Daunenjacke jetzt auch schon richtig gewaschen. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens Tennisbälle, Trocknerbälle oder natürlich auch ein spezielles Daunenwaschmittel zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen. und dann kannst du mir gerne einen Daumen nach oben sehen.